Roy, Rakete und Gerd Glitter sind HA3-Radio-Moderatoren und zur Zeit in ganz Hessen unterwegs, um Gemeinden zu besingen. Zu jedem Ort schreiben und komponieren sie die passende Hymne. Heute waren sie in Hanau und mit ihnen die HR Big Band. So wurde Hanau besonders aufwendig und feierlich besungen. Es zeigt, dass du Genuss erkennst, wenn HU auf deinem Kennzeichen glänzt. Der Einzige, der hier je gerannt ist, ist Rudi-Feller, der dafür ja auch bekannt ist. Oh, Hanau! Hanau! Hanau, du Kirsche auf meinem Sahne-Besee. Die Stadt der Gebrüder Grimm im Glückstaumel. Eine märchenhafte Hymne bei Kaiserwetter. Gerd Glitter und Roy, Rakete machen Skandale vergessen. Wer denkt bei diesen Klängen noch an Margret Hertel? Bürgermeister Kaminski jedenfalls nicht. Wir hoffen jetzt, dass diese Hymne Hanau in dem ganzen Land bekannt machen wird und zwar positiv. Hanau! Hanau! Ich hab mir eben den Text geben lassen und heute in unserer Stadtverordneten-Sitzung werden wir den Refrain üben. Du Kirsche auf meinem Sahne-Besee. Echt klasse. Bin ich ganz begeistert. Hätte ich auch gar nicht gedacht, dass das da draus wird aus dem kleinen Bewerbungsbogen. Und ich bin wirklich total super, wirklich super. Ich zitter jetzt noch. Mit dieser Band im Rücken ist der absolute Hammer und Publikum unglaublich. Wir hatten Bedenken, dass wir die Hymne nicht mitsingen könnten, weil es so Big-Band-Sound war, aber sie haben geschmettert dann. Fantastisch. Hanau, ich liebe euch. Hanau im Swing-Fieber. Dank Hessen-Hymne. Solche Tage müsste es hier einfach öfter geben. Und du hast Witz. Und du nimmst die Dörren im Besitz. Hanau, du bist irgendwie verdammt okay. Morgen sind Roy Rackete und Gerd Glitter in Bebra und überraschen Hessen mit einer neuen Hymne. Alle Hessen-Hymnen finden Sie auf unserer Website hr-maintower.de Und du hast Witz.